Heute besprechen wir 5 Lernhacks, die du noch nie gehört hast. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr wisst ja, ich will einfach Content bringen, der so noch nicht da gewesen ist, der neu ist, was man noch nicht gehört hat, was sich wirklich nochmal Next Level mäßig weiterbringt und nicht die aller offensichtlichsten Sachen. Deswegen gibt es heute in diesem Video 5 Lernhacks, die du noch nie gehört hast, deswegen let's go. Ja, denk daran, das Ganze sind Lernhacks und in meinen Augen noch keine Lernmethoden, deswegen sind es wirklich detaillierte Kleinigkeiten, die du einfach einbauen kannst in deine Lernroutine, um einfach nochmal da 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht 10% rauszuholen. Aber ich tue mich jetzt natürlich auch beim allerersten Punkt schon total schwierig mit der Benennung, weil so normalerweise, ah ja, das ist die Methode, die heißt so, die habe ich gelernt, die finde ich cool, deswegen teile ich es hier mit euch und das ist einfach so, das ist mir alles selber im Prinzip, vor allem bei meinen Psychologieprüfungen jetzt so gekommen, das ist einfach so, keine Kleinigkeiten sind, deswegen übelst schwer, da einen Namen zu finden, aber das allererste nenne ich jetzt einfach mal Nominalisierung. Das bedeutet, dass du einfach die Menge des Stoffs dadurch reduzierst, dass du die Wörter verringerst. Und damit meine ich nicht einfach irgendwelche Wörter rausstreichen, sondern als konkretes Beispiel, angenommen, total simpel, da steht irgendwo Messung der Breite. Das können jetzt in einfach extrem vielen Fächern sein, deswegen habe ich mal Messung der Breite genommen. Und anstatt dann, wenn das der Lehrer beispielsweise an der Tafel geschrieben hat, das auch abzuschreiben, schreib einfach Breitenmessung. Total simpel, aber ich finde es hat einen unglaublich großen Effekt, weil die meisten Menschen sind ja genauso wie ich visuelle Lerntypen und ich glaube auch gar nicht so stark an dieses Lerntypen-Ding. Deswegen visuell, glaube ich, prägt sich fast jeder sehr viele Dinge ein. Das bedeutet, du hast dann anstatt in deinem Kopf sagen, okay, es ist eine Messung der Breite. Da musst du im Prinzip zwei Komponenten verarbeiten. Wenn du aber einfach sagst Breitenmessung, dann hast du einfach nur so ein Bild, zumindest in meinem Fall, ihr teilt mir bitte auch gerne eure Erfahrungen da in die Kommentare, da hast du einfach nur, siehst du einfach eine breite Fläche, wo so ein Maßband drüber ist, beispielsweise. Das heißt einfach nur ein Bild, an das du denken musst. Und wenn du das bei jedem Satz, jeder Formulierung machst, kannst du halt schnell mal das Ganze halbieren oder dritteln und hast dann im Prinzip nur so Hauptworte, die einfach, wo du einfach, okay, da hast du dir ein Bild da, Bild, bam, 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 bam. Und die Verbindung zwischen den ganzen einzelnen größeren Worten gibt dann im Prinzip den gesamten Stoff. Da aber auch an der Stelle bitte der Hinweis, es nicht komplett zu übertreiben. Also wenn du, keine Ahnung, Piloten, Kappen, Aufkleber, Hersteller hast, dann ist das vielleicht ein bisschen too much. Aber ich würde sagen, so wenn du so zwei bis drei Nomen aneinanderreißt und zusammenfügst, kann es dir auf jeden Fall sehr gut helfen. Der zweite Lernhack nenne ich Brilliant Bindings. Das bedeutet, dass du einfach alles, was du versuchst zu lernen, mit einem emotional aufgeladenen Bild versuchst zu verknüpfen. Da merkt ihr auch schon, es geht im Prinzip schon Hand in Hand mit dem vorherigen Hack. Das bedeutet, neues Beispiel, wenn ich, beispielsweise in meinen Psychologieprüfungen, gibt es efferente Nerven. Das sind einfach Nerven, die vom zentralen Nervensystem zu den motorischen Nerven laufen. Ich glaube, das ist richtig, ich bin gerade noch im Lernen. Das bedeutet, ich habe mir dann überlegt, okay, wie kann ich mir das merken? Und efferent fängt ja genauso an, wie beispielsweise effektiv. Das bedeutet einfach effektiv was, was so raus pushe ich. Deswegen habe ich dann sofort da ein Brilliant Binding für mich selbst gebaut, wo ich meine, einfach nur, wenn ich an diese Nervennicks sofort, an so, ne, ich weiß nicht, so eine Produktionslinie, die so richtig so rausschiebt, wie eben die Nerven selbst ja auch, wie die efferenten Nerven selbst, und die gehen ja vor allem im zentralen Nervensystem zu den motorischen Muskeln. Das heißt, die gehen einfach durch, im Prinzip wie so eine Produktionsanlage, und auf diesem Produktionsding sehe ich einfach nur so efferent, auch so richtig inklusiv geschrieben. Das heißt, das Ganze ist bei mir aber nur so ein Bild, so richtig so, und dann ist es aber nicht nur ein Bild, was wir uns visuell einfach viel, viel leichter merken können, sondern du versuchst auch noch emotional aufzuladen. Das bedeutet, ich sehe nicht einfach nur dieses Bild, sondern ich sehe richtig viel, so mit richtig viel Power, so efferent, efferenten Nervenzellen rausfliegt. Das bedeutet, es ist für dein Gehirn von viel höherer Bedeutung, weil die Bedeutung, die Dinge haben, geschehen ja nur in unserem Kopf. Das hat ja nicht alles eine einheitliche Bedeutung, sondern für den einen ist, keine Ahnung, ein Mäster einfach nur was, womit man gut Zwiebeln scheinen kann, der andere will damit jemanden umbringen. Das bedeutet, in dem Moment, wo du es schaffst, diese ganzen Brilliant Bindings, die du für eine beliebige Anzahl an kleinen Elementen verbauen kannst, wenn du es da schaffst, die möglichst emotional aufzuladen, geiles Beispiel, was ich auch in einem anderen Sprachvideo, was ich für einen anderen Kanal gemacht habe, erwähnt habe. Wenn du beispielsweise dir Zaun merken willst, also Zaun heißt auf Englisch Fans, funktioniert beispielsweise auch in den Sprachen und fürs Vokabeln lernen, richtig geil. Du wirst dir Zaun Fans merken, dann denkst du einfach jedes Mal bei Fans an Fans, die an einen Zaun stehen und so richtig laut schreien. Ja und dann legst du es so richtig auf, boah, übelst heftig. Deswegen erhöhst du dadurch nämlich dann diese Bedeutung für dein Gehirn, wo du es viel besser abspeicherst und du hast gleichzeitig eine viel tiefere Verarbeitung, wie gesagt, Theorie der Verarbeitungstiefe, je tiefer wir Inhalte verarbeiten, desto länger merken willst du es auch. Und aus den beiden Kombinationen schaffst du es eben, dass du wirklich dir das richtig gut und auch lange merken kannst und da dann auch total immun, würde ich mal sagen, gegen Blackouts bist, weil du dir das einfach so stark verknüpft hast und auch so tief verarbeitet hast. Es ist im Prinzip, zusammenfassend würde ich sagen, so eine ganz kleine Eselsbrücke, weil es hier nur ein Element hat, aber das dafür aus Steroiden. Lernhack Nummer 3 nenne ich Surfacing. Surface, Oberfläche. Das bedeutet, bei diesem Hack, das Einzige, was du machst, ist, du schaust im Prinzip nochmal über deinen Stoff drüber, ohne ihn wirklich konkret zu lernen. Also nicht so, okay, das ist das, ah ja, merke ich mir, sondern du, beispielsweise in deinem Heft, du blätterst einfach nur durch, okay, so, ja, ja. Also du verbringst vielleicht pro Seite so zwischen 5 und 15 Sekunden. Du liest schon ein paar Sachen, also geht es nicht nur so durchblättern, aber du liest so ein paar Wörter, aber versuchst jetzt nicht wirklich irgendwie ganze Zeilen zu lesen. Und was das Ganze bringt, ist im Prinzip, dass du als allerersten Benefit mal die Struktur des Ganzen verstehst. Das heißt, du merkst, okay, am Anfang besprechen wir das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Weil dieses Strukturverständnis bleibt meistens total auf der Strecke, wenn man wirklich alles immer nur so im Detail liest, weil einfach die Zeitabstände zwischen den Themen, wo man sie wechselt, dadurch, dass man für ein Thema schon lange braucht, einfach sehr, sehr hoch ist. Und das bedeutet, wenn du das schneller machst, merkst du, ah, das Thema kommt, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. So arbeitet nämlich auch unser Gehirn mit Struktur und im Prinzip Konzepten, deswegen bringt das schon mega viel. Zusätzlich dazu, wenn du es beispielsweise nach einer Learning Road machst, was ich dir unbedingt empfehlen würde, stimulierst du im Prinzip auch nochmal die einzelnen neu gelernten Begriffe und Assoziationen, die du schon mit dieser Seite beispielsweise oder auch mit dem jeweiligen Begriff gelernt hast, nochmal zusätzlich. Das bedeutet, du lernst es einmal intensiv und dann am Ende liest du nochmal drüber und dann liest du beispielsweise, keine Ahnung, Mechanik, ah ja, und dann ist es nicht so, dass du sofort alle Sachen noch weißt, die auf dieser Seite standen, aber dein Kopf kriegt einfach nochmal, ah ja, Mechanik, was habe ich davon gehört? Ah ja, und baut nochmal mehr eben diese Verknüpfungen auch in den Synapsen eben einfach aus. Das ist lustig, weil ich euch jetzt genau das erzählen kann, was ich meine Prüfung für meine Prüfung lerne. Das ist natürlich mega geil, aber so lernst du es natürlich tausendmal besser, weil du es einfach nochmal wiederholst, ohne dass es bewusst anstrengendes Lernen nochmal ist. Und als aller dritten Benefit verknüpfst du die Sachen nochmal mehr und hast vor allem auch so ein Gefühl von, ich kann das. Weil es ist nicht mehr ein, du schaust es detailliert an und merkst, okay, kann ich es oder kann ich es nicht. Sondern du gehst euch drüber, ah ja, habe ich schon mal gehört, ja, 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 ja. Deswegen das auch richtig so einen oberflächlichen Stile fasst, dass es vielleicht schon ein bisschen lächerlich ist, würde ich dir vor allem auch vor jeder Prüfung empfehlen, weil du so, das hat vor den Abiturprüfungen letztes Jahr richtig viel geholfen, dass du einfach nur drüber gehst, ah ja, genau das Thema, kann ich, kann ich, ja, 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 kann ich. Um einfach nur dein Selbstvertrauen zu pushen und einfach zu sagen, okay, ihr kann es eh nicht ändern, ich gebe mir dann wenigstens das Gefühl, dass ich es richtig drauf habe, dass ich nicht mit Panik in die Prüfung gehe und kann so dann maximal performen. Der vierte Lernhack ist es nach jeder Learning Round, wenn du wirklich intensiver gelernt hast, deinem Gehirn fünf Minuten Nachverarbeitungszeit zu geben. Was meine ich damit? Du lernst, sagen wir, 90 Minuten und dann bist du fertig mit Lernen. Dann geh nicht sofort an dein Handy oder irgendwas anderes, mach eine andere Aktivität und versuch quasi deinen Kopf von, du hast gerade dich voll viel mit einer Thematik auseinandergesetzt und dann sofort was anderes in deinem Kopf, willst du nicht komplett vergessen, aber ist einfach sofort wieder abgelenkt. Sondern was ich dir empfehlen würde, bleib einfach danach nur mal fünf Minuten sitzen. Dann merkt, es ist total interessant in Mathe, habe ich das richtig krass. Du merkst richtig, wie in deinem Kopf da die ganzen Verbindungen gebaut werden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade so viel für Psychologie lerne, aber du merkst einfach, okay, da passiert gerade was. Das ist dann auch danach natürlich, vor allem, wenn du die Learning Round genau alles geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Du hast einfach ein geiles Gefühl, du merkst so, wow, jetzt habe ich das alles gelernt und du lässt es im Prinzip einfach so einsickern. Das heißt, versuch auch gar nicht irgendwie konkret was zu denken oder die Inhalte nochmal durchzugehen oder gar nichts zu denken oder so. Einfach, sitzt einfach nur da, ohne Regel, einfach nur und spür einfach, wie sich das so einarbeitet und genießt es. Weil damit verknüpfst du am Ende von der Learning Round auch wieder was Positives mit dem gesamten Lernen, wodurch du allgemein einfach deinen Fortschritt merken wirst und grundsätzlich viel motivierter bist, dich auch fürs nächste Mal wieder heranzusetzen. Und der fünfte Hack ist, folge deiner Intuition. Nicht nur grundsätzlich im Leben, sondern vor allem auch beim Lernen. Das bedeutet, dass du dir Dinge, die andere sagen, zwar zu Herz nimmst und auch als Werkzeug einfach nutzt, aber es dann so umbaust, wie es für dich Sinn macht und du einfach während dem Lernen auf deinen Körper und auf dein Gehirn hörst, was brauche ich gerade? Und sich nicht in starren Methoden zu verhaken, sondern einfach nur zu sagen, okay, das brauche ich gerade. Beispielsweise habe ich mega viele Zusammenfassungen aus der Vorlesung rausgeschrieben und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt mal wissen, wie das aussieht. Und dann habe ich einfach mal Neuronen und so weiter gegoogelt, habe mir das einfach angeschaut und dachte mir, hey, das ist ja voll verzinierend. Und auch wenn das nicht das war, was in der Prüfung abgefragt wird, war es einfach interessant und spannend für mich und hat mir einfach wieder viel mehr Motivation gegeben, dann weiterzumachen. Und es hat sich extrem gelohnt, zwar keine Zeitverschwendung oder sogar Prokrastination. Deswegen hör da einfach mehr auf dich selbst, aber dazu gibt es entweder gerade frisch schon ein Video von gestern oder vorgestern auf meinem Channel oder das kommt noch, quasi, das heißt, ein Lerntrick oder ein psychologischer Trick, wie du in jeder Prüfung deine Traumlose erzielen kannst. Deswegen entweder schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder freut euch in den kommenden Tagen darauf. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil und führt diesen ganzen Gedanken nochmal wesentlich krasse aus. Ja, und ich würde sagen, das sind 5 ziemlich nice gelernden Hacks, falls ihr noch eigentlich irgendwie sauber sagt, ey, das mache nur ich und habe ich noch nie irgendwo gehört. Schreibt doch mal in die Kommentare, dann können wir das wieder unter einem Abiturathleten teilen und uns gegenseitig als AA-Team von 2019 pushen. Ansonsten habe ich noch eine Sache, denk dran, dass ich immer an dich glauben werde, das meine ich übrigens so, auch wenn ich es noch in jedem Video sage, und ihr vielleicht, ja, okay, ja, ja, sagt ihr jedes Mal. Seriously, es ist mit mir wirklich eine Herzenangelegenheit. Ich würde sonst diese, ich glaube an dich, vier Wörter nicht so bewusst auswählen. Deswegen, believe in you. Ansonsten sehen wir uns morgen 8.15 Uhr, neues Video, dein Leo. I wanna know, what the fuck is a team, nobody gonna work harder than me, specially if it's my dream, I can learn none of these looks in a vein, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah. Wirklich, das ist mit mir.